Alter, hier können Zebra spawnen. Oh mein Gott. Bo, Alter! Gut, ich hab noch rotes Zeug. Und ich nannte es... Rotes Zeug. Scheiße. Nein. Dinches. Okay, doch. Vielleicht, wer weiß. Ach Gott, reg das auf! Was ist? Wir haben kein Electronic Secret mehr. Was ist? Ähm, ähm. Ah. Ja. Oder? Nein, ich glaube nicht. Wir haben auch keinen Drop bei mir. Oh, fuck it. Hey, das ist kein schönes Wort. Was? Fuck it. Fuck it. Fuck it. Take it. Take it. Take it. Ich brauche hier nicht viel. Sven ist ruhig. Ja. Ja, ich habe jetzt alles mit Facken ver... Alles mit Facken. Ja, ich sehe es. Überall. Ja, jetzt kann... Jetzt spawnt hier nichts mehr um die Umgebung. Ich hoffe es. Du gehst ja auch nicht ans Haus. Äh, und dann sind... Haben wir wirklich Frieden hier. Also ich hoffe es jetzt wirklich... Nein, du! Jetzt noch... Gebiet. Der Frieden... Der Frieden... Der Frieden auf dem Klo. Der Frieden auf dem Klo. Der Frieden auf dem Klo. Nur wegen der... Dummheit. Scheiße. Ja, also was jetzt wirklich nur noch... Okay, ja, wir lahmen wirklich nur... Verspricht, also das ist wirklich... Wir lahmen Scheiße aus Scheiße. Okay. Ja. Ja. Ich muss so dringend aufs Klo... Nee, du... Du hast jetzt nicht aufs Klo, du... Ey, das geht jetzt sicher nicht, Jakob. Ich geh auch nicht. Ja, ja. Weißt du? Aber das schon seit... Nein, eigentlich... Eigentlich sagst du schon, ja. Oh, ich hatte schon einen Blasendruck, ey. Ja, geh doch einfach. Nein, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Ich will nicht, Mutti. Ein Kleinkind. Ja. Lass mich. Ich bin noch ein Kleinkind. Ich brauch noch Wolle. Wir haben noch ein Stack. Äh, nein, nicht ganz. Oder wirst du gesagt, ich brauch noch grüne Farbe. Boah, so viele Fackeln. Soll ich mich eigentlich auch noch haben. Oder, nee, 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 nee. Warte. Ich löse das anders. Ich will mal schnell Abend machen. Kann man... Kann ich schnell Abend machen? Nein. Ich will... Ich will schauen, äh, wo sie spawnen können. Ja, ja. Mach rein. Ach, nee, egal. Nee, nee, schon gut. Ich will eigentlich gar nicht schauen. Ich will schauen, wo sie spawnen. Nee, nee, nee. Ich will gar nicht schauen. Ja, nee, ich bin jetzt wirklich fertig, Mann. Ich mach jetzt eh nicht mehr weiter mit den Fackeln. Nicht mehr weiter. Und... Was macht ihr? Seid ihr jetzt eigentlich auch fertig, was ihr machen wolltet. Fertig mit den Nerven, ja. Oh Gott. Ah, Mann. Was ist? Hast du was Schönes geträumt? Na, ich will mal sagen... Ja, die werden nicht... Ach, hier. Alter, ihr könnt sie überall spawnen. Oh mein Gott. Boah, Alter! Wtf. Wtf. Wtf, dude. Wirklich, die Fackeln? Hast du jetzt... Was hast du gesehen? So, das ist ein bisschen elatribend. Mit den Fackeln? Ja. Ich weiß. Er liebt es. Ja, natürlich. Steht drauf. Haben wir noch orange Farbe? Nein. Nee. Nee, haben wir nicht mehr. Dann... Scheiße. Okay, dann muss ich das anders lösen. Jakob? Ach ja, und das mit den Fackeln ist provisorisch. Kann es sein, dass Jakob aufs Klo ist? Ja, egal. Dann... Dann springen wir einfach weiter. Ah, lol. Ich bin so dumm. Ähm... Ach ja, und... Sven, hast du gehört? Das mit den Fackeln ist provisorisch. Boah. Das mit den Fackeln ist provisorisch, ne? Das mit den Fackeln ist provisorisch. Okay. Schluck auf oder so? Und schön ausgeschissen. Alter, er ist noch nicht am Headset. Ja, ich hab's drauf. Hab ja gemerkt. Boah, leck mich am Arsch, ey. Und schön ausgeschissen. Der kommt da vom Klo und sagt, leck mich am Arsch. Was willst du denn sauber machen? Leck mir das Schlauch sauber. Alter. Alter, nicht wirklich, oder? Jakob. Was? Was geht mit dir? Nichts. Er kann nur noch an Scheiße denken. Das musst du sagen. Das musst du sagen. Hey! Ja? Scheiße. Du hast damit angefangen, Alter. Du hast damit angefangen. Scheiße ist beautiful. Warte, Klappe jetzt. Mit Scheiße. Und seid ihr mal fertig. Natürlich sind wir nicht fertig, aber... Ich weiß nicht, was Sven macht. Ich weiß nicht, was Sven macht. Ich weiß nicht, was Sven macht. Wenn du da hoch, dann seht ihr es. Ihr habt einen Teppich, hast du gemacht. Ich hab den Teppich schon gesehen. Ich finde die Teppich wirklich super. Super. Sieht richtig fabulous aus. Mhm. So gut. Nein, die Fackel ist weg, du Sau. Alter, da können sie wieder spawnen. Wieso? Was? Wieso kann ich auf dem Zaun... Ach komm, dann setze ich sie hierher. Ja, auf diesem Zaun geht es nicht auf dem Iron Zaun. Ja, das regt mich auf. Wir sind... Ja, ich weiß. Ich finde ihn jetzt im Scheiße. Und, wie findest du den Raum? Ich finde ihn voll bunt. Ach du Scheiße. Du bist ja so grün und ich dachte schon, du bist ein Creeper. Wie kann jetzt noch was spawnen? I'm beautiful. Ich mach jetzt noch eine MFE. Also ich mach jetzt wirklich nichts mehr. Ich... Alter. Ich bin jetzt wirklich ziemlich müde. Ja, ich soll dir noch helfen, ey. Du spinnst doch. Du spinnst doch, ey. Ich soll dir helfen. Du spinnst doch. Einfach hier in diesem Eck könnte einfach was spawnen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Aber wo dieser hier ist... Ja, ich weiß. Scheiße. Was ist Scheiße? Wo ist Scheiße? Alter Klappe, jetzt weg. Oh ja. Die Scheiße. Sven, hör auf. Ja? Musst du gerade sagen. Ja, jetzt... Ob das jetzt draufhauen, wer schuld ist, oder wie? Ja. Ich hab noch genau einen Iron Fence. LOL! Was? Weiß auch nicht. Woll dir einfach LOL sagen. Fuck. Und Sven wollte Fuck sagen. Oder? Mhm. Ja, wie können wir das jetzt ausleuchten hier unten? Das ist voll miesam. Nein! Sven kann denn Ecken hier nicht ertragen. Oh mein Gott. Ja, genau hier beim Hebel. Genau beim Hebel ist so... Also würde dort etwas spawnen. Da könnte was spawnen eben, deswegen. Hm? Was könnte dort etwas spawnen? Es kann, wirklich. Es könnte. Ja, wirklich, es könnte was spawnen. Ja, was das genau, wenn Creeper dort spawnen, das ist wirklich richtig unangenehm dort. Ja, das... Bei diesen ganzen Maschinen und so. Ja, ne, wirklich, das wäre wirklich riskant. Voll die Vorsorge zeigst du. So, provisorisch. Hast du gehört? Das ist provisorisch zu... Was? Du zeigst voll die Vorsorge vor, ey. So, gut. Ja, ich weiß. Jetzt kannst du als nächstes mal spawnen. Eine muss es ja machen. Wenn wir es nicht machen. Hast du gehört, Sven? Hm? Ich hab dein Problem gelöst. Nein, hast du gar nicht. Doch. Es kann nichts mehr spawnen. Warte. Ja, es kann wirklich nicht... Ach so, da hinten. Nice idea. Sehr gut. Hm. High-End-Gaming-PC. It's beautiful. Hm. Äh... Was wollte ich eigentlich noch machen? Was hab ich ja jetzt eigentlich so alles verzaubert? Hm. Hier hab ich das, äh... Vielleicht du bist jetzt eigentlich auch fertig mit dem, was du jetzt... Also du hast es jetzt auch immer abgeschlossen, oder? Was? Active Camouflage? Ja, aber Jakob hat es eigentlich noch nie ausprobiert. Was ist das? Boah, Alter! Ja. Ich weiß nicht, was ist... Was ist es? Ich weiß es auch nicht. Okay. Was war das? Äh, ich mach was anderes. Hä? Äh... Ich glaub ich ihn machen... Äh... Ich mach bei der Hose und den Schuhen ein... Ach ne, bei der Hose einen Kinetic Generator rein. Ich denk das ist cleverer. Ja, haben wir zufällig... Ja, haben wir zufällig... Wir haben nicht zufällig Scrap, oder? Hm... Nicht, dass ich wüsste. Ich wollte mich freuen. Haben wir noch Servo-Motoren? Hm... Nö, haben wir nicht. Okay, jetzt nicht. Fuck it! Ja, egal. Das könnt ihr ja später machen. Oder? Nein, krass. Doch. Ich weiß nicht mal, was er machen will, weißt du? Servo-Motoren. Ich weiß nicht. Loll, wo ist die Batterie hin? Loll! Meine Batterie ist verschwunden. Eine meiner Batterien ist verschwunden, Jakob. Oh, nice. Jetzt wollen wir den Scheiß, wo ist die hin? Ich weiß nicht. Das will mich verarschen, oder? So. Muss der jetzt sein. Hm. So. Ich finde es irgendwie ein bisschen uncool. Was? So. Was machst du überhaupt noch, Sven? Noch meine Sachen jetzt aufladen. Ah, du lädst noch kurz auf. Okay. So, ich kann das... Ah, kann schon. Hast du den Boden im Dach gesehen? Nein, noch nicht. Hm? Du machst einfach Tag. Ja, ich will was wissen. Wo bist du? Du hast doch schon deine Nachtsicht, oder? Nein, es geht nicht um das. Ja, komm, wo bist du? Ja, ich weiß schon, dass nicht um das geht, aber... Ja, komm, wo bist du? Ja, komm, wo bist du? Wo ich bin? Ja. Was willst du wissen? Hm. Hinten. Bei der Yu-Yi-Meta. Wieso? Warte. Hast du was? Nein. Fuck. Na klar, könnte das nicht drauf fallen. Jakob verzweifelt. Warte. Scheiße. Äh. Äh. Jetzt gut bin ich schnell beim Fliegen. Boah, dauert das lange. Was? Mhm. Ich weiß, dass es noch ziemlich lange dauert. Ja, aber ich habe jetzt wirklich mal gemacht, was ich jetzt eigentlich noch machen wollte. Ja, was? Ups. Ich warte jetzt einfach noch auf euch. Ja, okay. Ja, nicht auf dich. Ja, ihr müsst auch nicht auf mich warten. Ach, das wirst du ausprobieren. Ja, sehr schön. Eine Solarzelle unter dem Baum, aber trotzdem kommt das Licht hin. Ich auch. Glücklicherweise. Ich weiß auch wieso. Wo ist die Solarzelle? Oben. Das ist hier hinten. Aha. Ach, hier könnt ihr noch. Was ist das? Auto-Crafting-Table. Ach so. Oh, fuck. Da ist was explodiert. Ja, der Recycler. Gut gemacht, Jakob. Hm, ich weiß. Oh, rückt mich doch. Oh, okay, langsam bin ich echt müde. Darauf habe ich jetzt keinen Bock mehr, um genau zu sein. Wirklich? Ja. Kommst du jetzt? Nächstes Mal, ey. Kommst du jetzt hoch? Ja, ich komme. Schnuggi. Ich habe... Aber es ist doch LV. Oh nein, wir liegen ja immer für ihn nicht. Oh. Lol. Oh, sieht doch mal nice aus. Was ist das hier hinten? Ja, ich auch. Was? Hier. Warte, hier. Willst du das auch aufs Grün? Ja. Ich habe fast gedacht. Wieso nur muss Jakob existieren? Tja. Lol. Ich hasse es. Was? Meine ganzen Sachen verschwinden. Es ist mal, jetzt ist die Diamond, äh... Du darfst es nicht recht zu werfen, ne? Ja, ich weiß. Ich habe es ja nicht geworfen. Wirklich? Hm. Oh, Gott. Damage. Dann bin ich dumm. Soll nicht viel Damage? Wie viel Damage macht es dir? Wow. Boom. Wow. Sie ist nicht im System. Aber es hat mich keine... Warte, guck mal das. Nichts. Hat er es abgezogen? Ja, das andere Point hat auch nichts. Ah, da was ist los? Wieso verschwendet alles? Also die Rüstung? Oh, ouch. Ja, okay, nimmt wirklich kein Damage. Okay, ich habe sie gefunden. Warum hast du nicht eine Railguns-Rend? Könnten wir jetzt eine Schlacht machen? Hm. Hm. Ja, ich... Ich finde es einen Schaden, oder? Ja, ja, schon. Alter. Die Rüstung kann man doch aufladen, oder? Ach, gut. Zum Glück. Alter. Ja, ich finde einfach so... so... allgemein bringt einfach so... Wieso kriege ich so viel Schaden eigentlich? Ey, also das Ding für den Nahkampf bringt einfach mehr, finde ich, so im Allgemeinen. Jakob, wieso kriege ich eigentlich so viel Schaden? Kann nur nicht. Du hast da noch nicht. Ich weiß es. Okay. Komm, verrate es mir. Warum... was ist hier vorne nicht zu? Was wo? So. Hm, ich habe schon zugemacht. Was machst du? Nichts, nichts. Teppich? Das Ding wie voll... Bei deinem Skin hast du ja so eine Kapuzenjacke. Das sieht voll scheiße aus mit der Rüstung irgendwie. Ja. Scheiß drauf. Hm. So nötig. Ich weiß nicht. Nein, gar nicht. Oh, oh, wieso... Ach, scheiße, ich habe ja gar keine Rüstung, ey. Alter. Ich hätte jetzt sterben können. Das hat ziemlich damage gemacht. Alter. Macht das überhaupt damage? Ja, sicher macht das damage. Fertig? Okay. Ey, da... Da versuche ich mich umzubringen. Ja, klar. Ich habe aber zum Glück die Rüstung wieder fast angehabt. Also fast die volle Rüstung. Sonst hätte mir das ziemlich damage gemacht. Habe ich jetzt die Handsome wieder hin gepackt? Oh, hier. Gut, ich geh. Was du gehst. Tschüssi. Hä? Aber du gehst noch hoch, ne? Ja. Was dachtest du denn, bitteschön? Hm. Weiß nicht. Auf jeden Fall nichts Gutes. Doch, doch. Aber sicher doch. Ja, immer. Immer wieder gerne. Immer wieder sonntags. Nein. Was? Ich hasse Sonntag. Warum? Nächsten Tag muss ich arbeiten gehen. Ja, das ist normal. Aber ja. Äh, gut. Gut. Ne. Alter, tu es rein. Es wird gleichzeitig aufgeladen. Ja, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht. Hahaha. Ah. Gut. Gleich sind wir fertig. Oh, mein Rücken. Mein Rücken. Ich bin so durch jeden Bild, den ich in dir habe. Hm? Im Momentar, weißt du. So, gut. Also, ja, dann wären wir eigentlich fertig, ne? Mhm. Das bedeutet aufhören. Und ich kann endlich schlafen gehen. Ja. Außer wir nehmen jetzt noch... Nein. Machen wir nicht. Wir nehmen jetzt nichts mehr auf. Battlefield 4 meinte ich. Oder? Nein. Nein. Nee. Also, gut. Das ist so witzig. Leute, wo seid ihr? Wo... Wo treffen wir uns? Wo seid ihr? Bei der Brücke. Nein. Na... Das ist so witzig. Wo seid ihr, Leute? Also, ich... Ich bin noch weiter nochmals zur YuYuMeta Dings gegangen, aber weil ich in dieser Zeit noch kurz ein Recycler erstellen konnte, darum. Gut, ähm, ja, Jakob, können wir jetzt fertig machen? Haben wir eigentlich Nacht oder Mittag? Jakob, jetzt! Ja, warte, ganz kurz. Jakob, jetzt! MFE anschliessen? Geht, oder? Gut, also, gute Nacht! Ja, ohne Momento. Ja, gute Nacht oder noch einen schönen Tag, was auch immer. Ja, stimmt. Also, bis dann, tschüssi Leute! Tschüssi! Bis dann, tschüss!